Wie komme ich bloß vom Lesen ins Schreiben? Beim Verfassen meiner ersten wissenschaftlichen Seminararbeiten während meines Studiums ging dem eigentlichen Schreiben viel Lektüre und Lesestoff voran. Lesen und Schreiben existierten dann noch unabhängig voneinander. Später stand ich dann vor dem Problem, dass ich zwar viel gelesen, aber noch keine einzige Zeile geschrieben hatte. Mit zunehmender Schreibpraxis änderte sich meine Arbeitsweise. Lesen und Schreiben wurden immer mehr miteinander verflochten. Daher möchte ich in dieser Episode der Frage nachgehen, wie komme ich vom Lesen ins Schreiben bzw. wie kann ich meine gelesene wissenschaftliche Literatur schreibend bewältigen und zum Teil auch schwierige wissenschaftliche Texte besser verstehen. Ich fokussiere in diesem Video auf den Teilaspekt des Lesens, Recherchierens und Extrapierens im wissenschaftlichen Schreibprozess. Dieser Teilaspekt steht jedoch in meinem individuellen Schreibprozess nicht an zweiter Stelle, sondern begleitet diesen durchgängig. Lesen geht für mich mit dem Schreiben einher. Damit meine ich aber nicht das Schreiben an großem Projektwissenschaftliche Abschlussarbeit, sondern das Schreiben an kleineren Textsorten wie Mitschriften, Notizen oder Exzerpen. Das Schreiben an diesen empfinde ich als weniger furchteinflößend als das große Ganze. Dennoch aber sind es wichtige Puzzlesteine für das große Schreibprojekt. Die kleineren Textsorten kann man als Übergangs- oder Hilfstexte bezeichnen. In ihnen spiegelt sich der individuelle Arbeitsprozess wieder. Sie können dann später weiter bearbeitet und in das große Schreibprojekt integriert werden. Ich mache mir zum Beispiel viele handschriftliche Notizen auf Post-its oder auf Schmierzetteln. Für dieses Blätterchaos habe ich allerdings später keine Verwendung mehr, denn es dient mir dem Festhalten flüchtiger Gedanken, ist Stütze für das Denken und Weiterentwickeln von Ideen. Texte, mit denen ich weiterarbeite, an die ich auch systematischer und organisierter rangehe, sind Exzerpte. Exzerpieren meint das Dokumentieren von Zitaten, das Zusammenfassen des Gelesenen in eigenen Worten und das persönliche Kommentieren und Festhalten meiner Ideen und Gedanken zum gelesenen Text. Das Exzerpieren ist für mich zu einer Art Brücke geworden, die Lesen und Schreiben miteinander verbindet. Darüber hinaus habe ich bereits Textstücke verfasst, auf die ich später im Arbeitsprozess wieder zurückgreifen kann. Wie gehe ich nun beim Exzerpieren vor? Ich zeige es Ihnen anhand eines konkreten Textbeispiels. Vorweg, ich exzerpiere nicht jeden Text, sondern nur jene, die zentral für meine Arbeit sind. Darunter fallen vor allem schwierigere Texte, die ich mir so schreibend erarbeite. Beim Lesen mache ich mir gerne Randnotizen an die Texte und unterstreiche Passagen, die für meine Arbeit und Fragestellung wichtig sind. Das heißt, ich hinterlasse Lesespuren. Das Exzerpieren folgt in einem zweiten Schritt, wenn ich den Text meist ein- bis zweimal bereits gelesen habe. Ich lege mir, entweder in Word oder Excel, eine Liste mit vier Spalten an, die ich befülle. In der ersten Spalte halte ich die formalen Angaben wie Literaturangaben fest. In der zweiten Spalte lege ich einen Fokus fest. Was interessiert mich am Text? Zum Beispiel kann ich einen Text allgemein, die wichtigsten zentralen Aussagen zusammenfassend exzerpieren? Oder ich habe eine spezifische Fragestellung, die mich nach etwas Bestimmten suchen lässt und mich beim Lesen leitet? Der Fokus hängt auch stark von meiner formulierten Forschungsfrage bzw. meinem Forschungsinteresse ab. In der dritten Spalte fasse ich die gelesenen Texte meist absatzweise in eigenen Worten zusammen und schreibe mir gleichzeitig die wichtigsten direkten Zitate heraus. Ein Tipp dazu, immer in ganzen Sätzen exzerpieren und hinter jedem direkten und indirekten Zitat die genaue Seitenanzahl anführen. In die letzte Spalte 4 schreibe ich meine eigenen Kommentare und Gedanken zum gelesenen Text. Das können zum Beispiel Querverbindungen zu anderen Texten und Autorinnen sein oder auch die Kritik an der Argumentation des Gelesenen. Das Exzerpieren ist für mich eine effektive Technik, um mir Schreiben zentrale und zum Teil auch schwierige Texte zu erschließen. Darüber hinaus macht es für mich das eigene und das fremde sichtbar. Was sagt Autorin X oder Autor Y zu diesem Thema? Und wo stehe ich? Was sind die eigenen Querverbindungen, die ich ziehen kann? Was sind meine Kommentare und Gedanken zum gelesenen Text? Was ist meine Argumentation? Und nun frage ich Sie, wie denken Sie über Gelesenes nach? Wie kommen Sie vom Lesen ins Schreiben? Hier sehen Sie noch einmal die Literaturangaben dieser Episode. Bereitet Ihnen das Strukturieren wissenschaftlicher Texte Kopfzerbrechen? Schreibtrainerin Christina Holosie-Beuger zeigt in der nächsten Episode, wie sie dieser Herausforderung begegnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017